Willkommen bei mir in der Werkstatt, ich bin der Andreas von handgemachtes.at Heute werden wir aus diesen Kameraden da einen Hut drechseln Und zwar ist es eine Kiefer, die hat 55 cm im Durchmesser und 70 cm in der Länge In dem Sinn, viel Spaß beim Zuschauen Und jetzt bitte schütze ich auf das Wasser Und jetzt mach es nicht einfach und dann noch etwas das Wasser um die Flasche ist oder es wird nun so ein Abends und dann das Wasser über ein Abends Vielen Dank. Spannungsgeladene Schrauben die Schrauben und die Schrauben der Schrauben der Schrauben werden. Zähne So, jetzt habe ich es noch ein paar Minuten. Sollte die Schrauben ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Schöpfe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020